Ich kann mich gerade nicht benutzen, ne? Schreie, Blut. Wir konnten sie nicht aufhalten. Alle stürzten ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir verlassen die Basis, aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören. Stern? Was für ein Stern? Das ist jetzt mal etwas ganz Neues. Mit dem Stern. Okay, wo sind die scheiss Kerle? Da hinten. Das waren nicht alle. Dann habe ich eben zwei Schüsse gebraucht. Oh, wo ist denn der? Ist weg. Sportbogen. Komm, Baubogen zu Sportbogen. Okay. Dann ist der Sportbogen gemeistert. Sehr schön. Werbungskug kann ich vielleicht was anfangen? Ah, okay. Explosive Pfeile. Diese Pfeile sind mit Granatspitzen versehen, die beim Einschlagen explodieren. Dann. Autsch, das tut weh. Was haben wir hier noch? Stabilisierende Gewichte verbessern die Präzision, erhöhen damit den Schaden. Was noch? Äh, hab ich das gesehen? Ach ja, hier. Aufgelahmene Schüsse, durchdringende Pfeile, aufgelahmene Schüsse, durchschlagen, Panzerungen können so mehrere Ziele treffen. Hä, das wäre ja richtig geil. Aber zuerst mal das hier. Das Gegengewicht. Das ist schön. Dann habe ich das auch schon, äh, durch jetzt mit dem Bogen. So, was wollte ich noch sammeln? Was gibt's hier noch? Dokument habe ich gefunden. Die Reliquie nicht. Die Geocache auch nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Ganz genau ist die Karte ja nicht. So. So noch. 18 Bergens, gute Halt. Juhu. Das ist schon wieder irgendwas. Was ich dann noch holen möchte. Das Grab muss in den unteren Ebenen sein. Grab. Ist da ein Grab? Ich muss irgendwie da durchkommen. Wäre schon cool, wenn es ein Grab wäre. Da kann ich mich draus. Toll. Ich glaube auch nicht. Cool. Cool. Schauen wir jetzt mal anderswo rum. Das ist doch eine Leiter. Das ist doch nicht. Man muss doch den Aufzug irgendwie freikriegen. Ja, ja, ich hab's schon verstanden. Ich hab schon verstanden. Da konnte man sowieso nicht rein, ne? Vielleicht doch. Man muss doch den Aufzug irgendwie freikriegen. Ja, la, la, ich weiß, ich weiß. Lass dir Zeit. Ich wusste es. Man muss doch den Aufzug irgendwie freikriegen. Ja, ist gut, Lara. Wir haben's verstanden. Man muss doch den Aufzug irgendwie freikriegen. Halt die Schnauze. Das ist ein Kabelbaum. Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss den Aufzug nur mit mir wucht machen und befördern. Ich bin auf der richtigen Spur. So, wie komm ich wieder raus? Da muss ich wohl nichts mehr machen, ne? Da macht sie auch nichts mehr. So, wie komm ich wieder raus? Hm, gute Frage. Da komm ich nicht weiter. Viel Schale. So, wie komm ich wieder raus? Das ist wirklich eine gute Frage, Lara. Ich weiß darauf keine Antwort im Moment. Im Moment. So, mal die Karte anschauen. Also, da gibt's irgendwo ein Dokument. Und da wäre ich auf dem richtigen Weg. Na gut, ist es noch ein Stockwerk höher oder... Wahrscheinlich ist es noch ein Stockwerk höher. So, wie komm ich wieder raus? Was? So? Das geht doch. Was soll ich mich wieder soärke? Oh, schön, Skelett. Ja, wahrscheinlich müsste ich dann hier noch irgendwie drücken, aber ich gehe jetzt noch weiter hoch. Ich muss nur noch drei lockern, dann ist der Aufzug wieder frei. Ja, gut, also, dann machen wir es mal beim dritten Stockwerk. Noch mal kurz runter. Irgendwie muss ich doch noch ins Eins. Ich muss die anderen Teile lockern. Da muss ich wohl sogar ins Vier. Also, nochmal. Da ist nichts, würde ich mal sagen. Ich muss nur noch drei lockern, dann ist der Aufzug wieder frei. Drei lockern. Okay. Okay. Vielleicht muss zuerst doch der Lift runtergehen. Oh man, sind da viele Leute. Ich muss die anderen Teile lockern. Ich muss die anderen Teile lockern. Ich muss auch die anderen Teile lockern. Bisschen Bärmungsgut. Noch ein bisschen Bärmungsgut. Schlauptflintenteile gewonnen. Yeah. Ich muss die anderen Teile verbleiben.